Hallo Rapid-Fans, ich bin der Samuel Radlinger. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus dem Riederminkreis. Es ist jetzt zwar ein bisschen überraschend gegangen, dass ich jetzt so schnell da bin, aber ich freue mich voll. Ich habe gerade die Mannschaft kennengelernt, es sind alles super Typen. Und ja, ich habe jetzt noch die paar Tage in der Heimat meinen Urlaub genossen und freue mich jetzt, dass ich morgen wieder mit dem Training anfangen kann. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt da bin und dann auf Wiederschauen. Vielen Dank.